Es hat was mit Deutschland zu tun und irgendwie scheint es, als wenn es doch nichts mit uns zu tun hätte. Hat es irgendwie aber doch, aber man fühlt sich gar nicht so. Wir fangen mal an. Wir sind im Krieg. Nichts ist gut in Afghanistan. Es fließt Blut in Afghanistan. Es fließt Blut in Afghanistan. Es ist Krieg in Afghanistan. Deutscher Krieg in Afghanistan. Unsere Jungs in Afghanistan. Unsere Mädchen in Afghanistan. Unsere Mütter in Afghanistan. Unsere Väter in Afghanistan. Und unsere Väter in Afghanistan. Wann kommt ihr nach Hause? Wie kommt ihr nach Hause? Seid ihr noch ihr, wenn ihr nach Hause kommt? Wann kommt ihr nach Hause? Wie kommt ihr nach Hause? Sind wir noch wir, wenn ihr nach Hause kommt? Es ist Krieg in Afghanistan. Es ist Krieg in Afghanistan. Deutscher Krieg in Afghanistan. Deutscher Krieg in Afghanistan. Es fließt Blut in Afghanistan. Es fließt Blut in Afghanistan. Deutsches Blut in Afghanistan. Deutsches Blut in Afghanistan. Herzblut und Gedärm am Straßenrand im Busch. Für Demokratie und Freiheit und Hindu-Kusch Wann kommt ihr nach Hause? Wie kommt ihr nach Hause? Sind wir noch hier, wenn ihr nach Hause kommt? Wann kommt ihr nach Hause? Wie kommt ihr nach Hause? Sind wir noch hier, wenn ihr nach Hause kommt? Wann kommt ihr nach Hause? Wie kommt ihr nach Hause? Wann kommt ihr nach Hause? Seid ihr noch ihr, wenn ihr nach Hause kommt? Wie kommt ihr nach Hause? Sind wir noch wir, wenn ihr nach Hause kommt? Nichts ist gut in Afghanistan.